Ich habe so viel gel... Was ich meine ist, dass es den meisten Ponys sehr schwerfällt zu glauben, dass ihr sechs wirklich Freunde seid. Schwer zu glauben? Ja, sicher. Ich habe das Buch gelesen und muss sagen, dass seine Figur viel interessanter wäre, wäre sie in Canterlot geblieben. Wie bitte? Meine Figur? Wir sind echte Ponys. In diesem Tagebuch stehen nur Dinge, die uns wirklich passiert sind. Wir haben alle aus unseren Fehlern lernen können. Was ist mit Rarity? Wie sollen wir glauben, dass sie etwas aus dem gelernt hat, was sie da schreibt? Deshalb sind wir ja auch im Team Dash. Rainbow ist die Einzige, die eigentlich nichts lernen musste. Sie ist eben viel zu cool. Twilight war viel besser, bevor sie Flügel bekam. Dass Flutterscheiße unglaublich schüchtern ist, kann man nicht glauben. Also ich meine, kommt schon. Wartet mal, Ponys! Sind Pinkie Pie und Applejack jetzt verwalt, oder nicht? Hört doch mal her! Hört doch mal her! Hört doch mal her! Hört doch mal her!